Ja, liebe Züchter, Clarki und ich wollen Ihnen einmal einen kleinen Live-Bericht, einen kleinen Status-Quo-Bericht übergeben. Ich höre ja, dass natürlich alle ein bisschen ungeduldig sind und fragen, was passiert, wie ist er, was macht er, was tut er. Ich darf Ihnen versichern, dass wir sehr zufrieden sind mit Clarkis Entwicklung. Es ist vielleicht nicht so schnell, wie Sie das alle erhoffen, aber am Ende macht das Pferd den Plan und wir haben ja auch ein klein bisschen uns umentwickeln müssen aus dem Springpferd jetzt in die Dressursphären uns hineinzuentwickeln und zu stabilisieren. Aber das macht er sehr gut und ich bin auch ganz sicher, dass es ein richtig gutes Grand Prix Pferd werden wird. Aber wir sind auf dem Wege und ich bitte Sie, sich noch ein bisschen zu gedulden. Dann hoffe ich, können wir das auch im Viereck beweisen und rüberbringen. Aber jetzt sind wir erst mal auf dem Weg und können von allem ein bisschen was und hoffentlich in einem Jahr von allem viel mehr, sodass wir auch im Viereck das zeigen können.